Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Ähm, Andi, du könntest ihr doch mal dein, äh, dein Dings, ähm, zeigen, dein... Mein was? Na sag schon, dein Dings, dein, äh... Penis. Was hältst du eigentlich von den Teamkrisuren? Wie kürzer die Hecke? Ein bisschen größer das Haus. Scheiß. Was ist denn los? Grüßt du mir? Hier draufleißen. Bist du bereit? Auf drei, ja? Ahhhh! Hast du dich? Ja, ich dachte, je kürzer die Hecke, desto größer das Haus. Das Haus bewegt sich. Ey, der ist eindeutig zu klein. Also, ich kann dir nur empfehlen, der ist absolut gefühlt. Wirklich? Und die Farbe ist doch super. Ach so, nee, nee, der ist nicht für mich, der ist für ihn. Für dich. Er möchte gerne mal nachvollziehen, wie das ist, so ein Ding in seinem Hintern stecken zu haben. Außerdem ist er... ... ... ...